Hallo liebe Freunde, es ist gepflegt Motorradzubehör. Es hier ist wieder euer Daniel von Hepco & Becker und schaut mal, was ich heute mitgebracht habe. Die Honda ST125, Honda DAX. Seit 2022 gibt es die wieder jetzt Neuauflage und wir bei Hepco & Becker haben diverses an Zubehör für dieses Bike entwickelt. Also seid gespannt, bis nach dem Intro. Honda DAX, ja der Inbegriff der Freiheit aus den 70ern oder für alle, die mit dem Wohnmobil unterwegs waren, haben diese Honda DAX sehr, sehr genossen. Und deswegen hat auch Honda, glaube ich, die Honda DAX nochmal neu aufleben lassen und wird 2023 diese schöne Honda DAX neu entwickelt. Das heißt, klassische Optik, aber moderne und bessere Technik als damals. Und wir bei Hepco & Becker haben natürlich auch wieder unsere Finger im Spiel gehabt und wollten dann noch was entwickeln. Und haben hier zum Beispiel im Schutzbereich einmal einen schönen Fender Guard entwickelt, der hier in Chrom wunderbar zu dem Fahrzeug passt. Und um dem Bike so ein bisschen einen Offroad-Look zu geben, haben wir auch noch unser Lampenschutzgitter für die DAX. Sieht klasse aus. Und bei Hepco & Becker wollen wir natürlich auch, dass ihr die Möglichkeit habt, etwas Gepäck mitzunehmen. Und das auch bei dieser kleinen, zierlichen Honda DAX. Und da haben wir unsere Rohrgepäckbrücke entwickelt, die nicht für Topcases ausgelegt ist, aber zum Beispiel für Hecktaschen. Wie zum Beispiel unsere Street-Hack-Tasche, die könnte man draufverzurren. Oder, für mich persönlich noch schöner und stilistisch passend, unsere Legacy-Ledertasche, die es nochmal in verschiedenen Farben gibt. Aber hier in schwarz, passend zu der Sitzbank, sieht das klasse aus. Tolles Bike, tolles Zubehör von uns. Braucht ihr weitere Informationen, geht bei uns auf die Seite www.hepco-becker.de Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder zuschalten würdet. Und bis dahin, allzeit gute Fahrt. Euer Daniel. Ciao. Ciao.